Nicht beugen, aber fügen. Der Unterschied, das ist durchaus nicht ein kleiner Unterschied, sondern eben doch ein interessanter und wichtiger Unterschied. Der Begriff beugen einerseits und der Begriff fügen andererseits. Wenn ich mich als Mensch beuge, stell dir das bildlich vor, ein Mensch beugt sich, dann kann er sich einmal verbeugen, also er hat eine Achtung, er hat eine Demut vor etwas. Das bedeutet aber nicht, dass er selber, sie selber unbedeutend ist als Persönlichkeit, sondern dass man jemand oder etwas eine Achtung schenkt und damit eine Demut schenkt. Und das heißt nicht, dass ich mich unterwerfe, sondern dass ich mich deswegen verneige, wenn ich diesen Begriff nehme, verneige, weil ich jemand grüße beispielsweise, weil ich Achtung vor der Person habe, weil ich Respekt habe. Der Begriff beugen bedeutet aber, dass ich mich verkrümmel, wenn du jetzt an das Beugen denkst, also an diese Körperhaltung beugen denkst. Ich verkrümmel mich, als ob ich jetzt gerade einen Peitschenheb abbekommen hätte, als ob mir jemand gerade eine Tirade an den Kopf geschmissen hätte, eine verbale Tirade, und ich mich wegducke und in Sicherheit bringen muss oder kusche oder unterwerfe. Das Beugen ist in dem Sinne eine Unterwerfung. Ich unterwerfe mich. Und wenn ich mich unterwerfe, dann habe ich verloren. Dann hat der andere, dann haben die anderen gewonnen. Dann habe ich mich gebeugt. Und dann wäre ich vielleicht verbogen im Leben, wenn ich den Begriff nehme. Verbogen in dem Sinne, dass meine Kraft, meine Person, meine Eigenheit, meine Besonderheit angegriffen wurde und gewissermaßen auch deformiert wurde und vielleicht sogar zerstört wurde im Extremfall. Nicht, Menschen werden mit dem Tode bestraft, sie werden im Krieg umgebracht und so weiter und mussten sich dann dem Beugen unterwerfen und sind eben zerstört worden. Und Zerstörung ist ja etwas sehr Relatives. Es kann absolut sein, aber es können eben auch Teile eines Menschen, einer Persönlichkeit zerstört werden und damit gebeugt werden. Das ist das, was Despoten immer wieder gemacht haben und tun im Leben, um ihre Art und Weise durchzusetzen oder um ihre Macht durchzusetzen. Sie beugen Menschen und die leiden darunter und werden deformiert. Also ich bin durchaus ein Vertreter, dem immer wieder auffällt, wenn ich so meine Beobachtung von der Welt nehme, in der ich bin, dass ich den Eindruck habe, viele Menschen sind geradezu deformiert in dem, wie sie leben, weil sie ein eigenes Leben, ein eigenverantwortetes und damit selbstbestimmtes Leben vielleicht gar nicht führen können in einer bestimmten Art. Aber auf der anderen Seite der Begriff fügen, nicht beugen, aber eben fügen. Fügen bedeutet, bevor ich selber erschossen werde oder großes Leid erleide, zerstört werde, deformiert werde, krank gemacht werde, füge ich mich. Also meinetwegen als Arbeitnehmer. Ich bin also in einer Firma, da geht es wie auch immer zu, ganz negativ in dem Sinne. Und dann füge ich mich diesem negativen Zugehen. Das heißt, ich erhole mich besonders, ich mache den Dienst, die Arbeit so, wie ich sie eben machen muss. Also in dem Maße, dass ich keinen Schaden dran nehme, dass ich keinen Schaden dran nehme und mich erhole und immer wieder rekreiere. Und all das und bin dann in der Zeit der Arbeit, weil ich ja schließlich eine Arbeit brauche und von der Arbeit leben muss. Und dann habe ich mich gefügt, aber nicht gebeugt. Ich bin noch die, ich bin noch der geblieben, der ich bin, in meiner Persönlichkeit, in meiner Würde, in meiner Integrität. Und fügen bedeutet, ich bin geschmeidig in der Hinsicht, wenn mir also der Wind gegenbläst, wenn barsche Sachen passieren, im Sinne einer Beugungsabsicht, dann beuge ich mich nicht, denn dann würde ich Schaden nehmen und damit eben auch andere Menschen, die mit mir sind, weiter Schaden nehmen, denn das ist ja etwas, was dann nicht endet. Sondern ich füge mich, also ich bin geschmeidig. Und ich finde diesen Ausdruck, fügen, sich fügen, sehr interessant. Auch in dem Sinne, ich habe das noch gut vor Augen, wie das mal ein Freund von mir gesagt hat, es fügt sich alles. Der hat es so ganz ruhig gesagt, alles fügt sich im Leben. Alles fügt sich immer wieder zu etwas und wir glauben das oft nicht oder vermuten das nicht oder sind vielleicht verzweifelt in unseren Ansichten von den Dingen und vertrauen so wenig auf das, was sich fügt. Also in dem Sinne auch auf die Fügung, die dann kommt. Weil die Fügung ist ja mehr als nur das, was ich tue oder was ich meine. Weil vielleicht meine Frau meint und tut oder wer auch immer das ist in der Unmittelbarkeit unseres Zusammenseins. Sondern es ist so etwas Globales, es fügt sich. Es wird sich schon fügen. Also nachdem, wenn ich jetzt mal diesen Begriff gebe, die Menschheit rottet sich aus, wenn ich diese Auffassung bin oder wenn manche Menschen diese Auffassung sind, dann werde ich das nicht so hinnehmen und glauben, dass sich die Menschheit ausrottet, sondern ich bin dann eher der Auffassung, es wird sich schon fügen. Wer auch immer an der Fügung beteiligt ist. Was auch immer, welche Macht auch immer, welcher Gott, welche egal höhere Instanz, was auch immer, daran beteiligt ist, was wir als Menschen ja gar nicht durchblicken. Oder was wir uns oft anmaßen in unserer Egozentrik, wo wir denken, ja, nur wir sind es oder nur die sind es, die was machen. Nein, es fügt sich ja noch durch was ganz anderes. Plötzlich kommt mir meinetwegen ein Klima zugute oder irgendetwas, was irgendwo plötzlich auftaucht in dieser großen Welt, in diesem großen Universum, wenn man es so ausweitet auf die Art und Weise. Das ist dann eine Fügung. Es fügt sich. Und ich füge mich, indem ich flexibel bin. Flexibel und kreativ. Indem ich etwas nicht absolut aushalten muss. Sondern mich zum Beispiel immer wieder der Liebe füge, die ja immer da ist. Irgendwo ist immer Liebe da in deinem Leben. Und wenn es eben die eine Ausersehnte oder der eine Ausersehnte nicht ist, ja, mei, dann kommt was anderes. Dass du lieben kannst und der dich liebt und das dich liebt. Also die Liebe ist ein schönes Beispiel für Fügung, was sich fügt. Das ist interessant. Und es ist eben kein Beugen. Eine Liebe kann man sich nicht beugen. Und Liebe und Beugen passen nicht zusammen. Sondern es ist tatsächlich das Fügen. Ich füge mich ein. Und das heißt ja nicht, dass ich Mitläufer werde dann irgendwo beim Militär oder so, weil ich dann eben Gefahr läufe, mein Leben zu verlieren. Und ich habe vielleicht eine Familie zu Hause und bin als Soldat unterwegs. Und dann heißt es immer wieder fügen, fügen. Also auch davon kommen, letztendlich überleben, tatsächlich überleben für eben deine Art, die du den Menschen bringst. Deine Art bringt ja, deine Persönlichkeit, dein Individuelles bringt ja den Menschen etwas und ist wichtig für die Menschen. Insofern fügen wir uns immer wieder, aber wir beugen uns nicht. Das ist eben doch ein Unterschied, ein großer Unterschied, mit diesen beiden Begriffen umzugehen. Und es ist ganz interessant, sich eben mit diesen Wörtern, mit dem Sinn dieser Bedeutung zu beschäftigen. Nicht beugen, aber fügen. Der Unterschied.